Der Montagmorgen-Espresso mit Thomas Schneider Ich wünsche einen guten Montagmorgen. Das heutige Zitat ist von Steve Jobs, dem Gründer von Apple. Geh nie in ein Meeting und mache nie einen Telefonanruf, wenn du keine klare Idee hast, was du erreichen willst. Diese Woche geht es um einen Dauerbrenner im operativen Businessalltag. Einverstanden? Deshalb mal folgende Frage. Wie viel Prozent meiner Sitzungen, Online-Meetings und Telefonate würde ich rückblickend als effizient und zielführend bezeichnen? Im Sinne von, es liegt am Ende etwas Konkretes vor? Es wurden Entscheidungen gefällt? Es herrscht Klarheit in Bezug auf das weitere Vorgehen? Zu mehr als 70 Prozent? Immerhin, gut. Weniger als 70 Prozent? Warum führe ich denn diese Telefongespräche? Warum nehme ich an diesen Meetings teil? Es ist sinnvoll und durchaus auch verantwortungsvoll, wenn ich mir zu den entsprechenden Kalendereinträgen folgende Fragen stelle. Erstens. Was ist das Ziel der Sitzung, des Online-Meetings, des Telefonates? Zweitens. Weshalb nehme ich daran teil? Drittens. Was ist mein Ziel? Viertens. Was ist mein Beitrag? Wie werde ich Einfluss nehmen, damit das Meeting zielführend abläuft? Und fünftens. Muss ich gar nicht zwingend selbst teilnehmen? Und wer könnte mich vertreten? Gehe nie in ein Meeting und mache nie einen Telefonanruf, wenn du keine klare Idee hast, was du erreichen willst. Auf in die neue Woche. Welche Sitzungen, Meetings, Telefonate stehen diese Woche in meinem Kalender? Und wie lauten die Antworten auf die fünf Fragen? Kleiner Ausblick. Am nächsten Montag dann ein Zitat von Bill Gates. Ich wünsche dir einen guten und erfolgreichen Wochenstart. Bis zum nächsten Montag.